Untertitelung des ZDF, 2020 Hier aus dem Europa Game 45 zu einem weiteren Video, ähm, wir sind dann Premiere, ähm, ja Leute, kurz das, apropos Premiere, heute um 20.05 Uhr kommt mal wieder eine kleine Premiere auf YouTube, also auf meinem Kanal heute, ab 20.05 Uhr kommt eine Premiere, wäre sehr nett, wenn ihr mal zuschauen würdet, bevor wir aber das Video starten, macht, macht, ihr müsst zuerst diesen Kanal abonnieren, umglocke, bestätige und like das Video, es wäre sehr nett von euch. Ähm, ja, keine Ahnung, was gerade hier ist, irgendwas, irgendwie buggt mein Minecraft gerade, irgendwie buggt mein Minecraft gerade, egal ob der ZDF heißt, dann halten wir Steve, aber irgendwie ist irgendwie gerade mein Minecrafter bug, kann ich leider nicht machen. Ähm, wir spielen Minecraft, aber bevor wir jetzt Minecraft spielen, vergessen wir gerne kostenlos zu abonnieren und Glöcke, bestätige und so, das ist so kostenlos. Ähm, ja, weiter. So, und ja, ich habe gestern eine neue Map gestartet, wo ich ein bisschen aussehen, äh, weil ich habe auf Tag gestellt, immer nur Tag und deswegen werden wir nie Nacht haben, was ich auch ein bisschen gut finde, weil das gibt es ja immer in Minecraft, man kann hier Mattel einstellen, es gibt es nur entweder auf Tablet oder Handy, es geht nur da. Ja, ähm, ja, so, also dann muss ich sagen, wie war gestern euer Abend denn mal, das würde mich interessieren. Oh nein, hier habe ich noch alte Sachen von gestern. So, so, aber das muss ich eben abbauen. Hab ich vergessen, ich wollte was auf. Hab ich noch? Genau, ich wollte hier noch ein paar, ich wollte was bauen, was noch? So, Leute, hier wohne ich, hier ist mein Haus. Bei dem Dorf, bei dem Dorf, bei dem Dorf, ne? Ich will noch was bauen, eben. Stimmt, ja. Und freut, und wollte mir sagen, dass heute eine Premiere kommt. Ich bewege mich ein bisschen gerade. Aber, perfekt, noch ein Kiss. Egal, das ist schon so. Ich habe hier so ein Spawn-Mops. Was ist nun, wenn er mein Haus büht? Das ist nun hier. Wenn ich ihn so hin. Sorry. Kannst du bitte rausgehen? Danke. Also hier, hier unten habe ich noch nichts zu viel gebaut. Einfach nur zwei Bette. Da würde ich aber noch was bauen. Hier oben ist meine, meine, da bewahre ich immer alles. Alles Karotten, alles drum und drum und da. Und hier oben ist es. Wir führen, Das ist ein Toolbeer. Ich habe hier oben. Hier oben gehen, hier oben. Und zwar will ich heute mal ein Spiel machen und zwar ob ich gegen ein paar Creepers kämpfen kann. Oh ja, das ist eine Idee heute, die wir machen werden. Ich baue erstmal hier. Ich baue jetzt einfach so einen kleinen Stock. Geh weg. Mann! Ich wollte es gar nicht haben. So, ich wollte gegen die mal kämpfen. Ich wollte mal gegen einen Zombie mal kämpfen heute. Gegen einen Zombie und einen Dingster. Geh raus von dem Haus. Ich will gegen einen Zombie und Creepers kämpfen. Mal gucken. Also warum gehen die alle jetzt in mein Haus? Was habe ich jetzt gemacht? Ich hasse das, wenn sie in meinem Haus sind. Das ist mein Haus. So, jetzt sind wir im Krieg, im Überlebungsmodium bei 5 Jahren. So, jetzt brauche ich erstmal eine Ausrüstung. Wir haben gleich hier die komplett neue mit. Schuhe. Und noch Schuhe. Goldene Apfel. Und Schwert. Und... Bogen. Bogen. Und... Ein paar Pfeile. Zack. 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 Diese Rüstung ist so krass stark. Okay, ein paar Goldäpfel. Und dann müssen wir jetzt mal kämpfen. Mal gucken, wer gewinnen sie. Oh nein, auf geht's rein. Oh nein, das ist sehr krass. Ach. Ich hab's rein. Oh nein. Oh nein. Hier habe ich wirklich noch Diamondsacken verstanden. Wenn jemanden haben will, dann kannst du sie ja mir holen. Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Okay, wir haben aber Samen bekommen. Ich will erstmal Milch anfassen, dass man es anfassen kann. Keine halbe Rüstung ist gerade kaputt gegangen. Kann das sein? Okay, die hat noch ein bisschen Schaden gekriegt. Ach, ich habe nur mein Schutzschild. Ich habe nur mein Schutzschild. Oh man, ich hätte nur mein Schutzschild mitnehmen sollen. Ja, aber soll ich jetzt mit den Zwiebeln? Mit den kann ich gar nicht. Oh, Holz! Ich habe nur ein bisschen Holz. Ei, ei, ei. Was hab ich noch gemacht, Junge? Ha? Hm? Ich will nichts! Ich will nichts! Herrscherzen. Und jetzt? Ich will nichts! Sorry Leute! Hey, irgendwas muss das hier in die Sache tun. Wo kann ich das reinlegen? Die andere kann ich einfach klackieren! und zu so jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Leute, ich muss eben den Krippe explodieren lassen, weil sonst... Er greift mich an! Mann, dieser Baum steht auch mal extrem im Weg! Mann! Aha, du Daumen! Geh weg! Mann, ey, Junge, ich weiß nicht, warum ich das hier rein kann. So, ich habe eine kleine Krippe gebaut. Damit, dahin! So, zwei Kohle. Da ist noch mehr Kohle. Die meiste Kohle habe ich hier vorne hingetan. Und dann gehen wir jetzt... Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bis morgen! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.